fpv germany.de alles auf einen blick hallo und herzlich willkommen zu meinem youtube-kanal fpv hans heute wollen wir gemeinsam den empfänger in meinem fall den crossfire nano rx an unser gerät anlöten in dem letzten video wer das noch nicht gesehen hat der kann gerne zurückgehen vielleicht blende ich hier oben gerade auch das letzte video ein haben wir die motoren angebracht den esc also das teil was hier unter dem fc flight controller sitzt den esc die muttersteuerung angebracht die schreckliche verkabelung hier hinten vorgenommen das hat geklappt dann haben wir den fc und den esc mit dem dafür vorgesehenen stecker verbunden und haben strom einmal dran gesteckt und nichts hat gequalmt und alles hat funktioniert der nächste schritt ist jetzt dass wir alles was an den fc gehört da dran machen das heißt hier wird ein receiver dran kommen das machen wir heute beim nächsten mal hoffe ich dass wir es endlich schaffen die die cadex vista anzubringen und die kamera da fehlen mir aber ich habe gerade riesenprobleme mit meinem 3d drucker das tut mir leid deshalb müssen wir das noch mal ein bisschen schieben das antennen mount da ist immer ein fehler drin so dass ich dass das nicht benutzbar ist ich muss ich habe eine falsche düse drauf aber das ist nicht euer problem das löse ich in nächster zeit genau für die immortal t antenne habe ich hier so ein praktisches gedrucktes gedöns das wird dann hinten einfach so drauf gesteckt auf die teile hier erstmal gucken dass ich nichts falsch mache hoppla meine güte so und dann wird die antenne nachher ich kann ja mal eben ab machen und da rein stecken einfach hier so eingeführt zack und dann ist das ding safe dann kann man hier den den receiver den empfänger hier dran machen und dann ist alles cool und das funktioniert für mich ganz gut also ich habe schon ich gucke immer vorm fliegen noch mal dass ich das einmal fest zusammendrückt dass hier auch die antenne gut sitzt so jetzt zum beispiel gerade nicht alles ein bisschen krumm und schief und dann ist das gut es kann schon mal passieren dass bei einem crash die antenne in den propeller schlägt aber meine güte das passiert dann ist halt diese schutzkappe immer weg ich habe es jetzt noch keine probleme gehabt alles cool das lassen wir jetzt auch direkt so da dran stört ja nicht genau der crossfire receiver der setzt sich aus folgenden elementen zusammen und zwar hat er einmal einen 5 volt also wir fangen unten an ich so mal rein das ist ja hier katastrophal kann man das so gut erkennen ich glaube schon der hat wenn man den ich jetzt mal davon aus dass das hier oben ist der hat hier diesen bein button dann hat er hier den anschluss für die antenne und dann von unten nach oben hat der den ground den 5 volt in und dann channel 1 und 2 ich guck mal gerade channel 1 ist der untere der weiße und channel 2 ist der obere das ist auch bei crossfire immer nur mit channel 1 und 2 gekennzeichnet man muss immer ein bisschen suchen weil ganz wichtig ist man muss die bezeichnung rx und tx also receiven und empfangen transmit und receive heißt es glaube ich muss man wissen weil und das ist der am häufigsten gemachte fehler warum man nachher keine verbindung zu seiner funke herstellen kann wenn das vertauscht ist dann dann werden die eingaben an der funke einfach in bitter vielleicht nicht angezeigt und dann hat man problem und es ist ganz wichtig man muss den rx das ist hier der weiße in dem fall der gelbe in dem fall muss man an den tx vom receiver vom fc anschließen und den tx an den rx das wie gesagt das ist in 99 prozent der fälle das problem wenn jemand fragt und vielleicht hört gerade auch irgendjemand zu der das problem schon hatte in 99 prozent der fälle ist das genau das problem so hier und in den crossfire handbüchern steht immer nur channel 1 und channel 2 ich habe jetzt hier aber ich zeige euch das mal von auf der seite von nfactory ist das offizielle speedy b bild und da ist das hier oben ich kann mit der maus dahin gehen ist das sehr schön dargestellt und zwar haben wir hier die genaue vorkabelung einfach mit farben und alles hier perfekt und das gute ist man sieht dass hier ist ein 4 v 5 volt pad ich gehe darüber das haben wir hier und das ist ein pad was auch den receiver mit strom versorgt wenn nur ein usb stecker angeschlossen ist und das ist ziemlich cool das sollte jeder flight controller haben hat aber nicht jeder schade schokolade so der controller ist schon der controller der receiver hier der ist schon vorgelötet weil ich den schon mal in einem anderen quad hatte ich habe einfach die kabel hier dran gelötet ich schaue mal gerade ob die hier schon ob die noch vorfahrt sind sind ja das sieht so adi verzinne ich gleich noch mal neu vor aber wir fangen jetzt erstmal an und machen die pads klar die wir brauchen wir brauchen nämlich hier tx rx 44 v5 und ground also die diese vier pads hier unten einfach nur mein lötkolben habe ich schon warm laufen lassen und jetzt muss ich nur noch darauf achten weil ich sehr nah mit der kamera reingezoomt bin ich kann das auch noch einmal von richtig nah zeigen ich hoffe das fokussiert ja so sieht das aus genau jetzt muss ich die nur noch vor verzinnen und dann einfach in der richtigen reihenfolge darauf pappen und das hier ist ein relativ gut zugänglicher sind relativ ich muss manchmal meine lötspitze hier in den tisch stecken weil die hier vorne raus fällt weil das gewinne nicht mehr funktioniert das ist echt ganz großer mist aber ich suche gerade schon nach manchmal also so mache ich es eigentlich sonst ich nehme dann eine zange schiebte wieder so ein bisschen da rein aber das alles verloren viele jahre treuer dienst aber jetzt ist vorbei aber ich habe nächste woche geburtstag vielleicht erbarmt sich ja jemand okay auf geht's ich immer hier das mikrofon so ein stück mit opsa entschuldigung das war jetzt vielleicht ein bisschen laut und dann verzinne ich die pads das heißt ich mache ein bisschen load hier an den ah der ist total unsexy gerade so ein bisschen hier dran und dann einfach auf pad nummer eins halten ich will gerade nicht ein bisschen drehen hm schitte ist mein dötkolben jetzt fertig kein mist jetzt okay oh man ist ja ganz großer schrott wieso ist er denn vom letzten video bis heute kaputt gegangen ich versuche den noch einmal richtig ordentlich abzuschmieren abzuschmieren ich stecke den noch mal mit der zange hier feste rein nochmal in das so jetzt aber ja so mach ich das erste pad auch nochmal neu das ist nämlich nicht richtig dran das einfachste von allem geht heute schief so das ist jetzt hier überbrückt das heißt das muss ich einmal ent entwirren so mit der lötpumpe einfach einmal dran und dann ist halt auch schon wieder gut jetzt das erste pad okay jetzt kommt ans zweite pad dritte das hat gestunken ist nicht gut wenn es stinkt so und das letzte pad alles vorverlötet vorverzimt und jetzt darf ich keinen fehler machen und zwar fange ich hier erstmal meine kleine Pinzette ich habe das hier so aufgedreht das entwirre ich jetzt mal eben für den lötprozess und das können wir dann später wieder eindrehen wir fangen oben an und ich guck mal der grüne ist der rx das ist in meinem fall der gelbe und der muss zum tx das ist in dem fall hier der obere und den werde ich einfach dessen kleinen ticken das kabel hier ist ein kleinen ticken länger als das pad und deshalb werde ich das ein bisschen abkürzen mit meinem seitenschneider den ich falsch rum gehalten habe und ich wundere mich warum sich das so komisch anfühlt ähm und dann na ich mach die kabel alle jetzt nochmal werde ich nochmal vorverzinnen denn da hat man am ende nichts von wenn die schlecht gelötet sind das ist ok so also nehme ich nochmal hier meine dritte hand und dann sollte das relativ schnell gehen ja ist alles im bild das ist ja auch immer wichtig dass wir das hier beachten will nicht haften ich mach mal hier ein bisschen von meinem Lötfett da drauf tunke ich die kabel einfach ein hier das Axel H nenne ich das jetzt mal nehme ich mal da weg das hat er nichts verloren aber wer weiß wo es wirklich herkam so schauen wir mal mal eins die wollen sich nicht so richtig vorverlöten lassen komisch aber vielleicht lassen die sich ja gleich anlöten habe ich auch so noch nicht erlebt das vielleicht irgendwie korrodiert oder so ich weiß es nicht ich versuche die jetzt mal anzulöten also das ist ja wie eh und je ne jeder Fehler kommt mit ins video jetzt schaue ich mal wie ich das am besten mache von der seite das gelbe hatten wir gesagt ist hier channel 1 ist da grün kommt da hin also das ist mein rx kabel triple and quadruple check ne jetzt haben wir es so rumliegen jetzt mache ich es so fange ich mit dem ground kabel an da komme ich glaube ich gleich komfortabler dran das heißt ich lege mir das jetzt hier so auf kann es kaum erkennen ohne mit dem kopf in die kamera rein zu düsen irgendwas hat der lötkolben ist nicht mehr ganz bei sich ok wir machen es anders und zwar sind diese teile hier voll im weg die werde ich jetzt nochmal abschrauben diese spacer oder wie die heißen als ich gerade mir überlegt habe reicht das denn für ein ganzes video habe ich gedacht ja weiß ich nicht wird dann halt ein kurzes aber bei dem ganzen mist der jetzt hier schon wieder läuft wird das kein kurzes also wir nehmen das ground kabel ist alles in der kamera sehr gut dann müssen wir einmal da muss ich weiter vorne packen sonst kriegt das den halt nicht das ist immer so ein bisschen ein zwiespalt ich will ja das gut zeigen hier was ich mache aber gleichzeitig muss ich ja auch gut sehen was ich mache und das kann ich jetzt gerade nicht so gut mit dem gut sehen das ist deshalb ist das ein bisschen komisch so da ist ein bisschen viel Lot dran das mache ich mal einmal ein bisschen ab so und das nächste Kabel ist dran und jetzt keinen Fehler machen jetzt nehme ich das weiße Kabel das ist auch das das ist das blaue Kabel auf dem Bild ach ihr seht das gar nicht ich erzähle die ganze Zeit was von Farben also hier nochmal für euch also ich mache jetzt quasi das ich habe jetzt ground und 5 Volt dran gemacht habe ich das auch in der richtigen Reihenfolge ja habe ich und jetzt kommt das blaue Kabel das ist Channel 1 TX das kommt an RX an dem Flight Controller so und wieder zurück hier hin und bei mir ist das Kabel nicht blau sondern weiß also 15 mal checken weil sonst klappt das alles nicht so ist dran und das letzte check ich jetzt nicht doch ich check es nochmal das ist auf dem Bild wir können uns das auch nochmal zusammen angucken Rx und das kommt jetzt an den TX also an den T1 auf dem Flight Controller wir haben alles soweit vorbereitet jetzt gucke ich mir das einmal aus der Nähe an hier mache ich nochmal ein bisschen wobei der ist gut ich schaue mir das einmal kurz aus der Nähe an ne der ist nicht gut da muss noch mehr Zinn dran das mache ich jetzt einfach ganz fix indem ich hier so kann man das sehen mache ich hier ein bisschen an den Lötkolben noch was dran noch was dran und dann ist das jetzt wieder ab jetzt packe ich mir das wieder jetzt ist da ein bisschen mehr Zinn vorhanden so und jetzt ist gut jetzt ist nicht gut ist wieder ab nochmal ganz nah dran ich habe heute auch wieder so ein bisschen einen zittrigen Tag das ist Familienproblem bei uns so reicht es mir ok das ist das jetzt gucken wir mal jetzt zoome ich mal ein Stück raus wieder jetzt haben wir ja hinten die Antenne die fummel ich mal hier durch die schließe ich jetzt hier an das ist jetzt noch nicht final also ich werde das noch hier eindrehen so Antenne dran sogar noch mehr eindrehen dass das hier nirgendwo nachher rumschlackert oder stört die Antenne dran das ist immer ganz wichtig man sollte niemals ein Empfänger oder irgendwas wo eine Antenne dran gehört ohne Antenne betreiben TBS sagt zwar zu seinen Produkten oftmals was anderes aber warum soll man da irgendeinem Risiko eingehen was man nicht eingehen muss so jetzt haben wir den ähm Empfänger tatsächlich geschafft heute anzulöten mit nur einer Handvoll Problemen aber Probleme sind ja auch immer dafür da um davon zu lernen das heißt wenn ihr auch eines dieser Probleme haben werdet dann habt ihr mein Video gesehen und könnt direkt sagen ach hör mal das ist ja kein richtiges Problem das habe ich ja beim Hans im Video gesehen dafür lohnt sich das ja nicht mal einen äh Fragebeitrag irgendwo zu schreiben da kenne ich ja die Lösung schon danke Hans so ähm dann stecken wir jetzt gleich nochmal Strom dran und gucken ob weiterhin nichts in Rauch aufgeht ich schaue mir einmal die Lötstellen nochmal genau aus der Nähe an ja das ist okay das ist nicht der Traum eines Lötfachverkäufers aber der ist das ist alles gut gelötet Kabel sind nicht über also die Dinger sind nicht überbrückt das ist das wichtigste die ähm da kommt dann nachher noch ein Schrumpfschlauch drüber aber erst wenn das mit der Funke gebeindet ist aber das machen wir in dem Video wo wir alles zusammen ähm fertig machen ne also ich löte jetzt erstmal nach und nach die Teile dran und dann gehen wir einmal in die Einstellung beinden die Fernbedienung das kommt dann alles noch aber nicht heute so der große Moment Guck mal und heute haben wir auch die ähm die zweiten Töne gehabt nämlich das Dü 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 weil heute ist der Flight Controller schon an den FC angeschlossen und wenn der den äh an den ESC und wenn das sich alles gegenseitig erkennt dann machen die Motoren noch das zweite Geräusch fertig aus der ähm diese ganzen Abkürzungen der Receiver der RX ist auch mit Strom versorgt alles cool so ja wie gesagt ähm ja wisst ihr was wir machen noch ein extra Video das ähm das wäre zu viel wenn wir dann alles auf einmal einstellen wir lassen das jetzt so mit dem Anschließen und das nächste Video wird dann das sein das kann ich dann auch relativ schnell hinterher ballern ähm wird dann das Video sein wo wir die Funke mit der mit dem Receiver pairen und gucken dass das äh Licht nicht mehr rot sondern grün leuchtet alles klar vielen Dank fürs Zuschauen wenn ihr Fragen oder Anregungen habt dann haut mir die unten in den Chat wenn ihr mir einfach sagen wollt wie toll mir die Reihe gefällt euch die Reihe gefällt auch unten in den Chat sag ich jetzt das ist der in die Kommentare die Produkte die ich hier verwende die findet ihr alle in der Beschreibung das sind Affiliate Links wenn ihr davon was kaufen möchtet dann macht das gerne über meine Links davon ähm profitiert unser Kanal ein bisschen und FPV Germany kann irgendwann hoffentlich seine Kosten selber tragen ähm was wollte ich noch sagen ja ich bin gespannt weil ähm es wir nähern uns dem Ende ich mir grault es noch so ein bisschen ich muss jetzt nämlich gleich zu meinem 3D Drucker und da die ähm die Nozzle wechseln damit ich hier meine Teile fertig drucken kann die leider mit der dicken Nase nicht gehen aber so ist das ne ist ja kein kein Hobby für nebenbei dieses 3D drucken vielen Dank fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten Mal euer FPV Hans tschüss tschüss FPV Hans fd z auf z auf